Ja, weil der Jum ist. Das ist der Computer, Mann. Okay, ich muss jetzt zum Hotel kommen, weil ich glaube, das ist dein. Haben wir nur noch eine Runde danach? Ja, es ist nur noch eine Runde danach. Das da vorne ist nicht mehr meins. Nee, willst du? Nee, das ist Jennys, glaube ich. Nein. Doch, 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 das ist deins. 100 Prozent. Nee, das ist Knochen. Eins davor ist nicht meins. Nein, Gott, ich bin in der ganzen Welt. Fuck you! Tu's nicht weh, da kommt 50 raus. Ich kill mein Leben, Alter. Ja, ich auch. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, das ist so heftig unfair. Ey, das ist so unfair. Ach, ich hab ja nur 20. Das ist so unfair. Nein, was ärgerlich ist. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Was ärgerlich ist. Ja, ist scheißegal. Ja, aber man kriegt locker 60, 70, 80. Nein, was ist das denn? Boah, ich hab keinen Bock, Michelle, ich töte dich, wenn ich gewinnen. Ich gewinn nicht. Boah, ey, warum, warum denn zum Ende so ein Scheiß jetzt? Das ist so, ne? Schießen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, ich könnte nicht. Doch, eins noch. Eins noch. Scheiße. Aber egal, das ist trotzdem voll der Beschiss gerade. Oh nein, wir spielen jeder für uns. Ich dachte, ich würde euch abschießen. Ich raff gar nicht, wie das geht. Wir müssen die kleinen Dinger abschießen. Wir dürfen euch nicht zu lang kommen. Ja, ich hab gar nicht gerafft, wie das geht. Ich bin tot. Nein, ihr seid nicht tot. Du kannst dich auch erst tun. Du wirst nur geladen. 42. Gewonnen! Scheiße! Boah, ich hasse dich! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hätte 42 Kevin. Oh mein Gott. Und ich hab gar nicht gerafft, dass mein Dinger... Ich hab auch nicht erst gerafft, dass... Und du laberst so ne Scheiße, dass die nicht zu nah kommen dürfen. Die dürfen die doch nicht. Natürlich! Du musst nur möglichst viele abballern. Es ist scheißegal, ob die dich einmal paralysieren oder nicht. Mein Gott, bleib, bist du gelehnt. Ich bin noch gelehnt. Hä, was mit dir? Du wirst doch gelehnt, wenn sie hinkommen. Ja, aber das ist doch scheißegal. Ich dachte, man ist tot. Ja, hab ich auch gedacht. Ich dachte, man ist tot. Ja, hab ich auch gedacht. Ich dachte, das ist so scheiße. Äh, wirklich. Ich weiß. Ich weiß. Entweder du ergänzt was oder du denkst. Moment, was macht das nochmal? Nein. Ich dachte aber, man wird auch tot. Das fällt eines anderen später. Bei einem Spiel ist das aber auch so. Ich weiß. Ist doch egal, Mann. Ja, wer sagt... Außer euch diskutiert da keiner mehr drüber. Oh. 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 Ist halt eh egal. Nee, du kommst jetzt zu mir. Ist doch scheißegal. Zu dir wär sogar noch scheiße. Du bist A. Achso. Der ganze Zeit. Komm zu mir. Wieso funktioniert das nicht? Boah, ich komme noch vor meins. Ist das ja richtig lame einfach. Mann, du glaubst mir schon wieder Angst. Hä? Boah. Oh mein Gott. Doch nicht. Ohhhh. Da dachte ich raus. Warte. Boah, ihr habt mir schon Angst gemacht, ihr Assis, Alter. Da dachte ich raus. Boah. Und ich hab schon voll Schiff gehabt. Hey, seit wann hab ich den Kegelbomber? Ja, überroll den mal. Komm, du musst dir nochmal die Puffer abziehen. Der ist voll dir jinky. Ja, das bringt gar nichts, ne? Doch, bei... Sie haben ja mehr... Das ist der Bowser. Vielleicht kriegt ihr ja die, ähm... Ja... Den... Bonbonstern. Vielleicht kriegst du den Bonbonstern. Ja. Ich setz doch was ein. Tut mir leid für mich. Ist doch egal. Ist eh letzte Runde. Ich kann... Ich kann nichts mehr kaufen. Ist eh egal. Ich mag sowieso bei meinem Güttner 1. Und du kannst auch nichts mehr kaufen. Glaub ich zumindest. Scheiße. Rosa! Ich hörte mich so kaputt lachen, Alter. Du kommst drauf. Nein! Scheiße. Ich weiß nicht, du bist so zu zähl. Michelle, also deine Münzen werden dir abgenommen jetzt. Boah, weh ey. Du bist so kaputt. Scheiße, der macht einen so armen Gesicht. Werden der haut jetzt auf irgendeinem Hotel deine Münzen und der zweite, der da eingezahlt hat. Und dann ist das wahrscheinlich auch noch Michelle oder so. Ich pindere was? Ich pindere was? Ist das meins? Ja klar ist das deins. Oder meinst du, der geht jetzt bei mir? Ey, was ist das denn für ein Assi? Hä? Der hat ja gar nichts gemacht. Boah, war der schlecht, Alter. Boah, war der schlecht, Alter. Das letzte Mal ist echt nicht so schlimm. Aber ich glaube das zweite Mal ist schlimm. Ne, aber das kann ja sein, dass aus den drei Sterne dann zwei Sterne wird. Da hab ich aber schon mal mehr Angst vor dem gehabt. Das nächste. Boah, der Angst. Ja, bitte, 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 alter, bitte, klau der Michelle. Alter, ich würde mich so kaputt lachen. Boah, bitte man, Boah. Gerechtigkeit, Siege einfach. Ja, ja. Nein, das gibt's nicht, was für ein Pech. Alter, war das knapp. Scheiße, hätte ich mich gefreut, wenn Michelle jetzt dran gewesen wäre. Ja, bringt dem aber voll nix irgendwie, ne? Nee. Hä? Hat dem gar nix? Nein, der kriegt die nix. Hä, was ist das denn für ein Scheißbonbon dann? Das bringt ja wirklich nix. Das ist ja total unnötig. Alter, Knochen, wenn du jetzt mit deinem einen da was machst, oder was? Ja, natürlich zahlt er eine Münze ein. Oh mein Gott. Natürlich zahlt er eine Münze ein. Das war sehr sinnvoll, Koopa. Natürlich. Aber Michelle, wo bist du eigentlich? Ich bin voll nix. Ich muss ne Uhr geben. Ne Eins. Ne Eins. Ne Eins. Schau. Ne, 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 sieben. Yoshis, ja. Ich wusste es. Oh, ich lass aufkaufen. Ich dachte, das wär deins. Nee, es war mir klar, dass es deins ist. Der Tod hat sechs. Ist das wirklich die letzte Runde? Ja, klar. Du musst es aufkaufen. Ja, wie will. Wenn du gewinnen willst, musst du es einkaufen. Ich mach 60. Ja, ist egal, was du reinmachst. Ist die letzte Runde. Kannst auch runter. Sicher? Ja, es ist scheißegal. Ob du jetzt 60 oder 40 bist. Ich kann es auch egal. So, damit hast du auf jeden Fall gewonnen. Ohne Bonussterne hast du gewonnen. Auf jeden Fall. Weil ich hab acht und du hast neun. Du hast auf jeden Fall jetzt gewonnen ohne Bonussterne. Jetzt ist nur die Frage, wer noch Bonussterne kriegt und dann insgesamt gewinnt. Ich glaub, Michelle hat die meisten Minispiele gewonnen jetzt mittlerweile. Ich hab das letzte Mal gewonnen. Ja, du hast davor auch gewonnen mit mir zusammen. Oh, Joshi. Okay, letztes Minispiel, Leute. Das alles entscheidende Minispiel. Beziehungsweise, ich glaub, es ist schon alles entschieden. Nur das ist das letzte Minispiel. Aber bitte meine Steuerung richtig anzeigen. Hast du Angst? Ja. So, Joshi hat außer Seilschwingen keine und wir müssen springen. Okay. Boah. Was ist das so für ne Scheiße? Das ist echt scheiße. Was ist denn das, Omg? Es hat kapiert. Das hat du auch gedreht. Und damit hat Jenny jetzt wahrscheinlich auch noch die Minispielsterne eingesetzt. Ich hab einfach schnell gedreht. Aber du kriegst den Stern für die meisten Münzen. Wir wissen noch jetzt Michelle, ne? Peter, gibt's gar keine Mini-Stern. Ja, aber Michelle hat auf jeden Fall gewonnen jetzt, glaub ich. Ja, ja. Du musst aber lesen. Ohne Sterne. Bonbon-Stern, den kriegt der Koopa. Ja. Oh mein Gott, ich hab einen Stern. Ereignis-Stern. Nice. Yeah, man. Für mich. Seht ihr das? Ja, wir sehen das. Ereignis-Stern. Oh, wer könnte den kriegen? Zwei Spieler. Ja! Kippe! Juhu! Scheiße, wir sind gleich gestanden. Ey, was hast du dir alles eingesagt? Nice, Jenny. Dem Wander-Stern. Nein. Dieser geht an den Spieler, der die Weitest... Oh, ich hab so hohe Zahlen gehabt. Ja. Nice, Alter. Ja, ja, das ist gut. Jossi! Warum? Warum kriegst du eigentlich alles, ey? Scheiße, wie geil. Kann doch nicht sein. Aber stimmt, ich hatte doch dieses 2x2. Es wird am Ende noch, wenn die alle... Weil die nur alle... Ist der Letzte? Ne. Ey, was macht der? Du hast gewonnen. Ja, weil du mehr Münzen hast. Wir haben gleich viele Sterne, aber du hast mehr Münzen gerade. Hättest du mal 100 eingezahlt, Alter. Fuck you, Hart. Ach so? Ja. Hättest du mal 100 eingezahlt, hätte ich gewonnen. Was? Ich will mal gucken, wie viele ich habe. Und du hast jetzt auch so... Ist auch gut jetzt, ne? Oh, guck mal, wie knapp das war mit den Münzen. Der hat 0 und 3 Münzen, Alter. Ja. Und du hast 3 Sterne abgesagt. Nice. Aber einen Minispiel-Stern gab's gar nicht. Ah, ja. Guck mal, wir kriegen 30 Party-Karten. Yeah. Wie hat jeder von uns ein Spiel gewonnen? Cool. Stimm. Ey, Spoilers tun wir nicht. Die anderen sind noch gar nicht hochgeladen. So, okay. Also. Vielen Dank für's Zukunft, Leute. Und... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.